Er darf nicht an die Geschütze. Wir haben ein paar Klone gerade retten. Deluxe-Modell. Tja. Da haben wir es. Wir haben ihn zu spät gerettet. Tut mir leid. Bedauerlich. Bedauerlich. Erstmal müssen wir die wieder auf unserer Seite kriegen, die Geschütze. Das ist auch sehr sinnvoll, ne? Wenn du eine Konsole auf Seiten des Feindes machst, der die Geschütze bedient. Die die Geschütze bedient, die Konsole. Macht keinen Sinn, oder? Die Geschütze sind ja jetzt schon kaputt. Aber das Deluxe-Modell hilft euch mal. Alle. Zu schade, dass nur Kommandos-Bacter-Implantate eingesetzt kriegen. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ist das so, mit Granaten sind die am Start, ne? Sind das hier solche Geschütz-Dinge? Weiß es nicht. Wollen wir Bacta? Weiß ich auch nicht. Wo willst du denn hin? Gärchen. Bleib stehen. Ja. Ja. Da geht's ja. Nein. Das schätzt nicht. Lass ihn auf. Da. Ich denke, ich habe das Laufen. Kann ich sagen, dass wir das einzige, der einzigste Überlebende vom Delta-Team sind. Das glaube ich eher weniger. Ne, 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 ne. Da waren alle viel zu viel. Oh, uh. Meine Fresse. So, jetzt haben wir es. Das zweite Geschütz ist inaktiv. Das Ding könnte mir doch Rückendeckung geben. Welches Geschütz? Wieso? Inaktiv? Dann machen wir es doch mal an. Nun mach doch die Scheiß. Na los, ihr fetten, hässlichen Vierfax. Kommt und holt mich. Genau. Äh. Die anderen Dinger sind überall. Warte. Oh ja, das hat ja... Mein Gott, das Geschütz hat aber viel zu tun, ne? Wollen wir mal... Ach, hey. Hoffentlich finde ich den Flugschreiber in diesem Chaos. Oh. Oh, oh. Block nachladen. Alter, ich hab dir... Ich hab dir grad... Aus nächster Nähe der Ladung in die Schrot in diese Grenze geschossen. Kein Problem. Er macht das so. Er sagt so, ja. Alles klar. Das stört mich überhaupt nicht, weil ich fang die Schrotkugeln mit meinem Mund auf. Funktioniert einigermaßen. Wir haben sogar richtige Helme auf und so, Scheiß. Deltas, falls mich jemand hört, ich hückel zum Treffpunkt vor. Deltas. Buh, 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 buh. Uff. Oh. Du warst nicht der Stolz deiner Mutter, Alter. Komm dich mal an, Alter. Wie heißt ich, du wirst... Ah. Ah. Na, 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 na. Ha, na, na. Upsi. Oh. Oh. Kein Plan übersteht jemals den ersten Feindkontakt. Für das Delta-Team schlägt die härteste Stunde. Getrennt und verwundet müssen sich die Teammitglieder finden und einen Gegenangriff führen oder an Bord des Geisterschiffes. Ich bin im Steuerbordfahrer. Wir treffen uns bei den angegebenen Koordinaten. Roger, Boss. Bin schon unterwegs. So eine Schweinerei. Oh. Du verarschst. Kommt runter. Verdammte Geschütze! Oh. Okay. Hier runterspringen macht glaube ich keinen Sinn. Ihr wimmelt es vor Tranos. Prima sagen Sie das! Meine Güte! Abgestecht. Nehmen die so? Was ist denn das? Finden Sie einen Ausgang zum Fahrwerk. Der schießt! Du Arsch! Jetzt will ich nicht gegen was Besseres. Du hast es mal schön. Wie der Helm einfach so wegfliegt da. Lass mal die Motivation einsammeln. Aber kein Sturm-Dingsbums. Oh. Nein, nein. Das war gut. Ein kleines bisschen Backdackeree brauchen. Das war schon. Okay. Äh. Da. Räum das weg! Die Echsen sind einfallsreich. Dann räumen wir hier mal auf. Genau. So machen wir das. Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Nein, das war mal ein Granatwerfer. Ach, Mann. Oh, oh. Meine Fresse. Kamikaze-Droiden. Schon wieder Sammler, ich hasse diese verdammten Droiden. Willst du mich verarschen, Digga? Und tschüss. Au. Wo stech dich ab? So machen wir es. So machen wir das. Sammler nennen sich diese Droiden. Die den Löcher in den Kopf bohren. Aber was sammeln die denn? Die machen doch einfach nur kaputt. Die machen ja nix heil. Huh? What? What? FIFA-Fum und so weiter hier rum. Ist da wer? Ich hab da was gehört. Ah! Was? Bestimmt der da. Lümmelt sich hier eine hinten rum? Nee, okay. Was ist er denn? Ich werde mich ein wenig verspäten. Keine Sorge, Fixer. Ich warte auf Sie. Spack. Ich werde dich nicht so wirklich. Junge! Ich bearbeite dich gerade mit 1000 Schuss. Und du so interessiert mich nicht. Der hat einen Kollegen von uns auf der Schulter, ne? Hoffentlich hat Scorch es zum Backbord-Datenkern geschafft. Das war so ein super Typ. Maus drehen. Lass uns mal die Schrumpfchen, die wir hier nehmen. Haben wir auch noch eine? Ja. All right, Partner. Hinterhalt. Faschen. Was? Achso, das macht er immer. Wenn er das da so sieht. Das ist so ein Geschrei von irgendwelchen egligen grünen Menschen hier. Ja, hier hat jemand aufgeräumt hinter mir. Die Leichen verschwinden. Hey, du! Ach. Die Tandos warten auf uns. Achten Sie auf Hinterhalte. Scheint Sklavenhändler zu sein. Sklavenhändler? Oh fuck. Na mit. Warum nicht? Was? Sind die von allen Seiten jetzt gekommen? Hier dadurch sind die gekommen und... Okay, aber... Puh. Ein bisschen eingepiescht habe ich mich schon jetzt, ne? Die spritzte mich an. Komm, ich wollte dich ins Feuer legen, damit du ein bisschen heiß bist. Kriege nicht da rum. Ah. Okay, schade. Da längst. Muss ich. Tandoschanische Umgebungsmine. Unangenehm. Hä? Verdammt. Wie bitte, Sir? Ich habe Sie nicht verstanden. Äh, war wohl nur eine Verbindungsstörung. Ah, noch mehr Kollegen. Hahaha. Trandoschanischen, 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 Trandoschanischen. Ich finde es eigentlich ziemlich witzig. What? Oh oh. Umgebungsmine eben halt, ne? Uh. Entschuldigung. Noch eine Barrikade. Diese Echsen gehen mir langsam auf den Wecker. Aber sowas sollen. Äh. What? Ja. Ach, der hat überlebt das. Was zur Hölle ist das? Achtung! Wir brauchen Verstärkung! Dach, Kommandos! Wir können die erledigen... Das war der Kollege, der gerade unsere... ...unser Kollegen weggeschleppt hat. Ich bin gerade auf einen schwer bewaffneten Trandoschaner gestoßen. Und es war ganz sicher kein Sklavenhändler. Roger. War vermutlich ein schwerer Angriffshöldner. Trandoschanische Elitekämpfer. Ich habe gehört, dass sie mit LS-150 ACP Repetiergewehren ausgerüstet sind. Wir haben richtig gehört. Eklige Waffen. Ich bin der Herr, losz. Okay. Bip buh 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 buh. Bip 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 buh buh. Buf. 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 Ja Okay Ich nähere mich dem Treffpunkt Verstanden, sir Verdammt, ich hasse diese Sammler Yeah Okay Ah, scheiße. Der wäre schuld, ne? Wenn er sich nicht gut versteckt, dann kriegt er von mir eins rein. Ja, ja. Immer mehr Motivation. Ich habe hier nur am Treffpunkt eingetroffen. Hinter Ihnen! Ah, was ist denn bei mir? Wo ist das? Sieht aus wie ein Träger für Kampfdroiden. Die Übersteuerung ist blockiert. Einer weniger Kommando. Was machen hier Kampfdroiden denn? Eine miese Falle. Halten Sie sie noch ein paar Sekunden zurück. Ja, du bist gut. Ich bin gleich da. Ja? Alter. Steuerung geheckt. Tür öffnet sich. Töööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö macht dazu zehn jahre später das ist ein träger da kommt tausend droiden aus bei ich glaube ich habe jetzt aufgebraucht doch einen haben wir damit wenn ich mir mitnehmen drei da ja 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 Wer hat eine Granate? Erhöhliche Vorsicht! Erkappt dich, nehm dich! Ach, der geht. Okay, alles klar. Wo ist der andere? Hei auch! Das machen wir doch gut bis hierhin, ne? Hör auf, Mensch, dann bleib mich zurück! Oh! Das hat gespritzt. Einheit vernichtet. Okay. Die Automatische Schütze sind online. Aber dieser Terndor hat die Steuerung zerstört. Wir können sie nicht abschalten. 4-0 hat erwischt. Helft ihm. Hat ihn das erwischt? Was hat er gemacht? Alleine war ich besser dran. Bin kampfbereit. Ja. Da bin ich ja mal gespannt. Ob du kampfbereit bist, mein Freund. Hier, nimm mal Bagdad, Digga. Genehmigen Sie sich etwas Bagdad. Jawohl, Sir. Auf was hat er jetzt grad geschossen? Ah, gucke mal. Oh, gucke mal. Er steht genau vor mir. Er ist quasi... Ich... Ich... Ich treffe mich. Da, Mann. Jetzt ist er tot. Ey, geh weg da! Junge, weg da! Junge! Oh, Mann! Meine Güte! Was für ein Hohlkopf. Ruiden sind nicht... Ey, Klone sind nicht unbedingt sehr schlau, ne? Stellt er sich mir in den Weg? Ja, da hast du selber Schuld, dass du jetzt rumpelst, Kollege. Und hier... Er hat einen Schuss von der Sniper überlebt. Nicht schlecht. Warte. Sieben müsste hinter dieser Tür sein. Los, beeilen wir uns. Lasse. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Was? Alles gesichert. Los, attacke! Da hat er eine Granate gehabt. Och, komm schon, Junge. Das will ich doch niemals. Okay, alles klar. Öl, Sieben hat Probleme. Ich helfe ihm. Ich muss kurz weg. Ich helfe Delta, 07. Lass mal sein. Das hat sich ab. Diese dämlichen Echsen dachten, ich verrate Ihnen die Betriebsdaten des Schusses. Ach, da spielen wir diesen Hammer-Tüschel. Sie sind in Sicherheit. Gut. Ich muss noch ein paar Echsen töten. Ich glaube, sie halten 6,2 im Zellentrakt fest. Da kommt nichts wie hin, bevor ihn die Schuppies in die Mangel nehmen. Noch ein bisschen. Ja, mach das mal. Danke. Ich gebe mir auch immer besonders Mühe. Ups, ne mit. Ja, mach schon mal los. Das ist kein Problem. Hier, Bugdown so. So. Messerstecherei, Alter. Hier, du auch, Kollege. Bagdad Prozedur einleiten, Delta. Wenn dabei. Bagdad Prozedur einleiten. Tut das gut? Oh, ja, das tut so gut. Das ist große Macke, amore, mit der Bagdad, die enttankte. 07 gilt entdeckung. Vorsicht, noch mehr Sklavenhändler. Gute Schotten, Team Leder. Danke. Bauch, echt mal. Oh, Alter. Warum brennt das hier? Armer Typ. Okay, hier wird positioniert. Klar, und jetzt positioniert gerade einen Typ von mir. Und jetzt greifen die fort. Da, la, la. In der Knappe. Achtung. Oh, Granate. Nein, Knallsteam. Hat er zurückgeworfen. Geiler Typ. Wirft er die einfach zurück? Von hier haben wir freies Schussfeld. Mit dem allergrößten Vergnügen, Sir. Du kann uns wissen, dass wir 6-2 zu hinterkommen. Dies ist ein Sperrgebiet. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Au, au, au. Oh, ja. Habe ich kein... Neutralisiert. Unterstütze Delta 4-0. Gut geschossen, 3-8. Ja. Unterstütze Delta 4-0. Nimm das mit. Habe ich nicht. Ja, dann mach ihn doch heil jetzt und so. Ja, wenn nicht. Ja, jetzt vielleicht. Dankeschön. Ja, das ist Bagdad. Sie, Bagdad. Jetzt. Roger. Oder Bagdad. Bedeutungsbereiter. Ist das so? Ich bin der Einzige, der keine gute hat. Oh. Mein, da will man sich einmal ganz kurz bakteritisieren. Hier stinkt es nach Sklavenhändlern. Ah, frische Munition. Besser steckt mir rein. Okay. Laut der Baupläne für diese Tür zum Kontrollraum des Zellentraktes. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Gehen wir rein, Leiche. Glatziere Sprengsatz. Gesichert. Dann hat noch mehr Geschütze. Sie halten 6-2 in einer dieser Zellen fest. Mieten Sie die Steuerung des Zellentakts. Mann, das darf doch nicht sein, Alter. Wieso schmeißt ihr euch da alles sogar rein, ey, ihr Idioten? 07 lädt nach. Unterschmitte Delta 4-0. Das ist sehr gut, das freut mich. Das habe ich gebraucht. Bip, bup, 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 biep, 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 biep. Okay, kümmert euch um Delta 6-2. Und ich schrote alles weg, was hier so rumrennt. Wie der zum Beispiel. Hallo. Hier ist Delta 6-2. Ich habe ihn gefunden. Geh hin, mach ihn heil. Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Nein, haben Sie die Daten? Ja, Sie haben mich durchsucht, aber ich hatte die Daten gut versteckt. Im Saipopo. Oh, genau. Das wollen Sie gar nicht wissen. Alles klar, Delta ist Bewegung. Ach, ich bin das. Die Feinde haben gerade die Barrikade gesprengt. Vorsicht, der Feind hat Verstärkungen gefordert. Oh, oh. Alter, das war düstens. Oh, oh. Feuer, einstehen. Achtung, Delta. Oh, oh. Oh, oh. Ahaha, daneben. Also. Wir müssen darauf, Team. Rechnet mit allem. Bewegung. Wir müssen die zwerben Hände auf die Fernseite. Sie sind überall. 07 hat erwischt. Hilfe. Ach, herrje. Oh, wie das gespritzt hat. Okay, ich denke mal. Ah. Nein, 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 nein. Ich spreche aber alle ab. Ich kümmere mich um Delta 6 2. Mach das mal, ich habe alle abgestochen. Blablabla. Dies ist ein Sperrgebiet. Automatische Sicherheitssysteme sind online. Geschätze. Gehen wir rein, leise. Wer hätte ich schon besser? Sklavenhändler, Delta. So. Motivation hier irgendwas? Das war. Ah, warte mal. Da wird doch geschossen, aber nein? Veranstalten. Regel 17. Immer vergewissert, dass sie tot sind. Scheint ziemlich tot zu sein. So, ihr Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Wir haben auf jeden Fall den Delta Squad zusammengekriegt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Reinscheiden. Und mögen die Macht mit euch sein.